Irgendwo zwischen lässigem Cruisen und schicker Sportlichkeit hat Cowboy sein Modell Cruiser positioniert. Mit nur ein paar Kniffen wird aus dem ultrasportlich geprägten Cowboy Classic E-Bike-Erlebnis ein etwas komfortableres. Was die Belgier dafür wie verändert haben und wie sich das Bike fährt, das alles und noch viel mehr klären wir in diesem Video. Los geht's! Und das ist mein erstes Cowboy-Modell, das mal nicht matt-schwarz ist. Hier seht ihr den Farbton Sand, der mit einem etwas getrübten, matten Weiß am besten beschrieben werden kann und ich muss sagen, das gefällt mir. Es sieht auch nochmal heller, es sieht auch nochmal weißer aus, als das Online in der Ansicht der Fall ist und ich wollte einfach mal eine andere Farbe ausprobieren und habe es nicht bereut, hier mal nicht schwarz ausgewählt zu haben. Der Lack macht einen guten Eindruck, da ist ein wenig Struktur drin, wenn man da mit der Hand drüber fährt und man fährt da gerne drüber, muss ich sagen, das gefällt mir gut. Und das liegt nicht nur am Lack, das liegt auch an der Verarbeitung und daran, dass die Hand bei keiner einzigen Schweißnaht zum Ruckeln kommt. Denn es gibt hier schlicht und einfach keinerlei Schweißnaht. Sehr, sehr cleaner, schöner Look wie aus einem Guss und damit ein echter Blickfang, wie ich finde. Gerade diese Rundungen hier vorne, das haben sie optisch schon sehr gut hinbekommen, meiner Meinung nach. Dadurch, dass der Akku in schwarz gehalten ist, wirkt das Sitzrohr auch nicht mehr ganz so bullig, wie das bei dem schwarzen Modell der Fall ist. Da hat die Farbe Cent wahrscheinlich sogar optisch einen kleinen Vorteil. Ansonsten finde ich aber auch die Geometrie, das Grunddesign von Cowboy noch immer sehr gelungen. Ein ganz strenger Diamantrahmen mit, wie schon erwähnt, hier und da, abgerundeten Details. Nichts daran ist erstmal klobig oder störend, auch wenn der neue Lenker da so ein paar Details noch mitbringt, aber da kommen wir später noch zu. Und obwohl der Cruiser im Gegensatz zu dem normalen, sportlichen Modell, dann bin ich mehr an Komfort und eben auf das Cruisen gehen soll, finde ich, das Design bringt noch immer eine gehörige Portion Sportlichkeit und Schnelligkeit mit. Kurzum, mir gefällt das gut, aber was sagt ihr zum Cruiser? Schreibt das mal in die Kommentare, denn das Aussehen ist natürlich immer sehr subjektiv. Wenn ihr das aber schön findet und auch haben wollt, checkt den Rabattcode in der Videobeschreibung. Damit spart ihr ganze 250 Euro beim Kauf eines neuen Cowboy-Bikes. Aber zurück zum Design. Da hat Cowboy nicht nur am Rahmen ganze Arbeit geleistet, sondern auch was die Integration angeht. Denn wenn man sich mal die Bremsen anschaut, dann sieht man schon, was ich da meine. Das sieht einfach so schön aus, finde ich. Alles geschlossene Teile, die Kabel wirklich minimalst offen liegen und dann alles nach innen geführt. Und außer dieser zwei kurzen Bremsschläuche hier ist ja auch nichts zu sehen. Und auch an den Bremsscheiben, da sieht man nicht die Sättel und die Pads auch da umschlossen mit so Dreiecken. Das macht schon was her. Und ja, ich weiß, was ihr jetzt entgegnen werdet und das auch zu Recht. Da kann man ja nichts mehr selber machen. Austauschen, ETC, ja, das ist so. Da kann man auch nicht drum herum reden. Aber wer schön sein will, muss eben leiden oder so ähnlich. Aber man bekommt halt eben auch was dafür und muss man halt vorher wissen. Gleiches gilt für das Cockpit. Keinerlei Knöpfe, kein Display, keine Kabel. Alles hier in diesem Vorbau integriert. Und zugegeben, der sieht schon ordentlich wuchtig, vielleicht sogar klobig aus. Aber da ist eben auch ein induktives Ladepad mit drin. Man liest es schon Quadlock und da einfach das Smartphone mit der Hülle eingedreht. Und wir haben hier nicht nur eine sehr minimalistische Halterung, sondern eben auch die Tatsache, dass das Handy da noch aufgeladen wird während der Fahrt. Finde ich super praktisch. Auch da braucht es wieder keine Kabel, die man irgendwo anschließen muss. Und wenn man kein Handy benutzen mag, dann ist das natürlich auch kein Problem. In kleinen LED wird hier schrittweise der Akkustand dargestellt. Aber wie gesagt, so ganz ohne Handy sieht es ein bisschen wuchtig aus hier vorne. Und dann lasst uns jetzt doch auch mal die App anschauen, wo wir hier schon bei Smartphone und den Funktionen sind. Gefällt mir seit jeher echt gut. Und da hat sich jetzt Cruiser-spezifisch auch nichts daran verändert. Noch immer haben wir die Möglichkeit, uns verschiedene Dashboards anzeigen zu lassen. Mal mit, mal ohne Karte. Wir haben ja kein Display, wie gesagt. Und auch im gesperrten Zustand bekommt man noch die Infos auf dem Lockscreen angezeigt. Wir können die Fahrdaten etwa in Kombination mit einer Karte anzeigen lassen. Da haben sie übrigens auch die Google Maps API. Man kann sich also hervorragend navigieren lassen. Oder man nimmt die etwas reduziertere Ansicht. Aber auch da lassen sich dann wieder verschiedene Darstellungsarten kombinieren. Also für während der Fahrt wirklich eine schicke Lösung, die auch richtig, richtig viele Infos noch mitbringt. Aber trotzdem alles minimalistisch hält. Finde ich sehr gut. Lenkt nicht allzu sehr ab. Aber auch darüber hinaus. Die Fahrtenaufzeichnung ist sehr detailliert. Ich kann etwa für jeden Zeitpunkt auf meiner Route meine Geschwindigkeit prüfen. Wie schnell ich da oder dort unterwegs war. Wie viel der Motor gegeben hat. Wie viel ich. Wie viele Kalorien verbraucht sind. Wir haben eine Anbindung zu Strava, zu Apple Health. Also finde ich schon sehr, sehr gut gemacht. Darüber hinaus können wir eine Sturzerkennung zum Beispiel aktivieren, die bei einem Sturz automatisch den Standort zu einem hinterlegten Kontakt schickt mit einer entsprechenden Nachricht. Es gibt verschiedene Community Features, Ranglisten, Abzeichen, die man sich verdienen kann. Und wenn man die Cowboy Versicherung noch mit abschließt, dann lässt sich auch live in Realtime der Standort nachverfolgen. Es gibt eine Push aufs Handy, wenn das Rad unerlaubt bewegt wird. Also schon wirklich eine Menge und vor allem gut gemacht, gut umgesetzt. Sowohl optisch als auch technisch. Bei vielen E-Bikes ist das ja häufig recht lieblos. So nach dem Motto, wir müssen ja noch irgendwas Smartes beisteuern. Aber bei Cowboy, da hat das schon immer Hand und Fuß. Neben der Smartphone App gibt es übrigens auch die Variante für die Apple Watch. Da habt ihr Stats wie die Fahrdaten im Blick, eure Vitalwerte und könnt unter anderem das Bike ein- und ausschalten. Also sperren und entsperren hier vom Handgelenk aus. Wie gesagt, Hand und Fuß das Ganze. Und apropos Smartphone-Anbindung, ihr müsst nicht zwangsläufig euer Smartphone dabei haben, aber euren Akkuschlüssel, wenn ihr den einmal raus und wieder reinklicken lasst, dann lässt sich das Cowboy auch ganz ohne Handy einschalten. Jetzt haben wir lange genug von außen geschaut, haben uns die App angeschaut, aber jetzt steigen wir doch mal auf. Und schon mit dem Fuß aufs Pedal gestellt, merkt man, dieses Bike will nach vorne. Sehr direkt schiebt der Hinterradnabenmotor an und das tut er auch merklich hörbar. Seit dem Vierer von Cowboy sind die Motore nicht nur kräftiger, sondern auch etwas lauter geworden, aber sie haben noch immer den wirklich sehr gut abgestimmten Drehmomentsensor. Heißt für euch, sehr intuitives und natürliches Fahrgefühl, denn der Motor steuert immer nur so viel Kraft bei, wie er durch euren Pedaldruck signalisiert bekommt. Sprich, fester Treten, mehr Unterstützung, sehr natürlich eben. Dabei haben die 250 Watt und 45 Newtonmeter an Drehmoment immer genug Power, um auch am Berg, um die Fahrt wirklich agil und flott zu machen. Lediglich der Initiale, der erste Push, der ist noch so ein bisschen stürmisch, aber wenn man das weiß, voll okay. Dank Adaptive Power Technologie steuert der sogar noch intelligenter als ohnehin schon, denn wenn sowas kommt wie Gegenwind, eine Steigung oder ein Mehr an Zuladung, also wenn ihr ins Strauchen kommt, dann merkt das das System. Und gibt automatisch mehr Schub als sonst und in erster Linie bringt dieser flinke Motor eine Menge Fahrspaß. Der hat einiges drauf und es macht Spaß damit, durch die Stadt zu cruisen. Dabei ist das Cowboy noch immer ein E-Bike, Cruiser hin oder her, das auch ein wenig von euch sehen will. Also kein Alibi treten und geschoben werden, das ist ein eher sportlich ausbalanciertes Fahren, das mir sehr gut gefällt. Aber wer lieber mehr Schub und weniger Arbeit will, der ist hier in der falschen Adresse. Genau richtig ist man aber, wenn man etwas aufrechter und etwas komfortabler sitzen möchte als beim Classic Cowboy, denn da gibt es gleich mehrere Neuerungen hier. Zum einen natürlich, das fällt gleich auf, der Lenker, der ist deutlich gebogen, man muss also nicht mehr so weit nach vorne packen. Also gebogener und breiter kommt einem also entgegen und dann sind auch noch die Griffe hier verbreitert, also gut für die Handballen, die Handgelenke hier abzulegen. Und der Sattel, der wechselt vom sportlichen zum etwas komfortableren Cell Royale Modell und auch das Übersetzungsverhältnis wächst an auf 60-20. Und das ist wichtig zu wissen, denn das Cowboy hier ist ein Singlespeed, heißt ein fixer Gang und nichts dazwischen und ich finde, das ist so ganz gut ausbalanciert. So ganz ohne Motor muss man erstmal in den Tritt kommen, klar, dafür kommt man aber auch schnell bei 30 kmh und etwas mehr gut mit und wird von der Kadenz her nicht so schnell. Und schnell wird man ziemlich schnell. Wie gesagt, der Motor, wenn er ihn entsprechend fordert, gibt wirklich Stoff, gefällt mir echt gut. Vor allem auch, dass man darüber hinaus keinerlei Widerstand spürt, der einen jetzt irgendwie zurückhalten würde, wenn man eben oberhalb der genau genommen gut 26 kmh agiert, bis zu denen das Cowboy unterstützt. Aber zurück nochmal zu den Komfortfeatures. Was sich zwar nicht geändert hat, sind die relativ dicken Reifen. Die haben wir auch hier wieder mit dabei. Ein sehr, sehr flaches Profil, die aber auch nochmal einiges an, ich sag mal bei Kopfsteinpflaster und so weiter, an Stößen nochmal abfedern können. Wir waren aber eigentlich nicht beim komfortablen, sondern beim schnellen Fahren und das Gewicht ist dabei ebenfalls nicht hinderlich. Mit 19,4 Kilo kein Leichtbau, aber weit entfernt von schwer. Wirklich, das merkt man beim gesamten Handling. Sehr leichtgängig alles. Meines dürfte noch ein bisschen schwerer sein, denn ich habe die Variante mit Gepäckträger. Der schmiegt sich optisch hier gut ins Gesamtdesign und hält starke 27 Kilo an Belastung aus. Da darf also auch mal ein Kindersitz drauf. Ein Adapter, um einen Anhänger zu ziehen, gibt es übrigens auch optional. Das heißt, Cowboy eignet sich auch hier als E-Bike für Familien. Man fährt auf dieser veränderten Geometrie auch wirklich deutlich aufrechter. Das merkt man schon. Etwas erhabener. Und ja, cruised sich entspannter damit. Viel größer als 1,90 Kilo solltet ihr aber nicht sein. Das ist jetzt auch meine Größe, denn der Rahmen an sich ist nicht besonders groß. Ein Stack von 56,3 Zentimetern, also da sagt auch Cowboy bei 1,95 Schluss, vielleicht sogar schon ein paar Zentimeter früher. Schauen wir noch auf ein paar Komponenten, die wir jetzt noch nicht hatten. Im Motor hatten wir schon und angetrieben wird er von dem schönen integrierten Akku, der bei meiner Fahrweise ziemlich genau 60 Kilometer schafft mit einer Ladung. Das ist für ein Urban E-Bike okay und der Clou ist, dass hier auch gleich die Rückleuchte drin sitzt. Schon immer ein Markenzeichen von Cowboy lässt sich mit dem Schlüssel aufschließen und überall hin mitnehmen und aufladen. Ihr müsst ihn aber rausnehmen. Im Bike selbst kann man den nicht aufladen. Beim Bremsen leuchtet das Rücklicht auf und wird zum Bremslicht. Und vorne haben wir auch ikonisch typisch Cowboy die gleiche Form beim Frontlicht, nur dass es eben weiß leuchtet. Und typisch Cowboy auch sehr schwach ausleuchtet in der Nacht und dementsprechend leider auch nicht STVZO-konform ist. Das ist einfach ärgerlich, dass es dafür dann eine Zusatzleuchte braucht. Altbekannte Tatsache aber, naja, dafür ist und bleibt es jetzt das Cowboy-Design. Ich denke, das ändert man eben auch ungern einfach mal so. Was geändert wurde von Generation 3 zu 4 ist der Riemen. Keine Sorge, noch immer ist es ein Gates-Carbon-Riemen, der wartungsarm nahezu wartungsfrei, läuft leise und sauber und hält lange. Aber es ist eben die CDN-Version, die vermeintlich schwächere, nicht mehr das Topmodell CDX, macht jetzt im Alltag aber sicherlich keinen großen Unterschied, muss man auch ehrlich sagen. Die Vorteile liegen auf der Hand, gerade bei einem Singlespeed eine feine Sache. Gleiches gilt für die Bremsen. Hier setzt Cowboy weiter auf Tektro, genauer gesagt 160mm hydraulische Scheibenbremsen, die wirklich gut funktioniert haben bei mir. Jetzt aber genug von mir und hin zu euch. Wie findet ihr den Cruiser von Cowboy? Ich fand es überraschend angenehm und es war trotz einiger Änderungen das bekannte Cowboy-Feeling, was ich wirklich gerne mag. Preislich sind wir da bei 3000 Euro. Es ist nicht gerade günstig, muss man schon sagen, aber gerade gibt es eine Aktion mit ein paar Extras und es gibt auch noch mal einen Rabattcode, mit dem noch einmal 250 Euro abgezogen werden. Ihr findet ihn hier unter dem Video. So ist der Cruiser was für Leute, die ein bisschen Kleingeld übrig haben, für stilbewusste, urbane E-Biker, die Wert auf smarte Funktionen, Style und eine wirklich tolle Verarbeitung legen. Nicht umsonst trägt Cowboy ja den Spitznamen iPhone unter den E-Bikes und dem wird es hier schon auch gerecht, wie ich finde. Das war es vom Cowboy Cruiser. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Bald auch das neue Cross von Cowboy. Es bleibt also spannend. Bis dahin macht es gut, ich verabschiede mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.